Yo Freunde, was geht? Eine neue Woche startet und damit herzlich willkommen zu natürlich einem weiteren Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen direkt mal an, was heute so im Shop ist. Und zwar gibt es heute die Zuri und ich habe gerade schon gesehen, dieser neue Skin hat einen speziellen Contest, könnte man sagen. Nämlich ist es der Zuri Tattoo Contest und ich glaube man kann für sie hier so ein Tattoo-Design bis zum 22. Mai und dann kann man zum einen halt den Skin gewinnen und unter anderem halt auch noch 200.000 Dollar Cash-Price. Also wenn ihr da mitmachen wollt, alle Infos dazu gibt es auch noch auf Twitter bei Epic Games. Erstmal gucken wir uns mal den Skin hier genau an. Hat einen ganz coolen Backpack, einen Lahlbildschirm noch dazu. Okay, ja, Skin ist in Ordnung. Ja, für 1200 V-Bucks auf jeden Fall gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann strahlendes DHA. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Okay, auf jeden Fall cool Hacke, gefällt mir. Nices, nices Schwert für 800 V-Bucks. Äh, Mani für 800 V-Bucks. Und die Hacke, die es so in zwei verschiedenen Varianten gibt. Ah ne, das ist Hacke und Backpack, ne? Genau, Hacke und Backpack. Und dann Marius Classic für 800 V-Bucks ebenfalls. Genau, es soll heute auch noch was sehr, sehr Seltenes geben. Deswegen schauen wir mal durch. Das Ordnung-Paket ist ja gestern rausgekommen. Joa, ist okay. Würde ich mir nicht unbedingt holen. Beast-Schützung ist drin für 800 V-Bucks. Auch ein sehr, sehr cleaner und, ja, lohnenswerter Skin, würde ich sagen. Matchball, auch cool, mag ich. Mag Arena, auch nice. Dann, oh, hier ist sie. Die Doppelgoldhacke, Leute. War jetzt seit 644 Tagen nicht im Shop drin. Also ein, ein richtig seltener Hackel. Wer die hatte, rip an euch. Dann, keine Ahnung, heißt der Emote. Ka steht für keine Ahnung. Wow, ist in Ordnung. Und der nice Scherestein-Papier-Emote. Den kann man auf jeden Fall gut benutzen. Das macht halt random. Ähm, ja. Scherestein-Papier. Wer hätte es gedacht? Äh, an Paketen. Mal gucken. Ähm, ah, wieso ist meine Maus so? Ich kann nicht richtig scrollen. Ist so komisch. Mein Maus hat das irgendwie verpackt. Ja, auf jeden Fall, äh, ja. Cooles neues Paket. Also, was heißt Paket? Cooler neuer Skin, cooler neue Hackel. Und eine seltene Sache. Also, ja, Shop ist auf jeden Fall top heute. Wenn ihr euch was holt, ihr wisst ja, gerne den Credit Codes Noxy benutzen. Vielen Dank an alle, die den Codes Noxy da immer eintragen. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, das war es dann sogar schon zum heutigen Fortnite-Shop. Lasst dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Shop-Video in aller Früh. Also, ja, kommt gut in die neue Woche rein und habt einen schönen Tag. Bis morgen, Freunde. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020